Hallo und herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe rund um Phishing von Webseiten. Heute beschäftigen wir uns damit, wo bekomme ich eine Webspace her und wie richte ich das Ganze ein. Ich habe mir hierfür einen Cloud-Server bei Nitrado bestellt. Der läuft genau 23 Stunden ab jetzt und er wird gerade noch eingerichtet. Wie gesagt, mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher und 20 Gigabyte SSD-Festplatte reicht natürlich für die Testzwecke vollkommen aus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Server fertig eingerichtet ist. So, ich habe meinen V-Server jetzt installiert bei Nitrado, bin jetzt ins Web-Interface gegangen. Dort gelangt ihr mit diesem Zahnrad hier. Und ja, wie gesagt, das ist ganz wichtig, das unbedingt durchlesen, Video pausieren, durchlesen. Es geht nur darum, dass das SSH-Passwort, also dieses Passwort für den V-Server, das Root-Passwort, nicht gespeichert wird. Das heißt, das müssen wir uns jetzt gleich notieren. So, Passwort jetzt initialisieren. Zack, und da oben steht es in Rot. Das muss ich mir jetzt gerade irgendwo jetzt mal merken. Das schreibe ich mal hier in meinem Dokument mit da oben rein. So, fertig. Und dann verbinden wir uns mit dem netten Tool Putty. Das gibt es in der Videobeschreibung. Stelle ich euch da rein. Könnt ihr runterladen. So. Wo ist Putty? Da ist Putty. Dann geben wir hier die IP ein. Port ist standardmäßig 22. Und dann geben wir auf Open. So, dann kriegen wir hier eine Warnung angezeigt. Bestätigen wir einfach mit Ja. Geben als Login-Name Root ein. Und das Passwort ist dann, wie gesagt, dieses lange Ding hier. So, das... Jetzt habe ich... Ne, die Verbindung habe ich... Ah, da ist er. So, da. Einmal rechtsklick. Dann wird es automatisch eingefügt, auch wenn man es nicht sieht. Und dann Enter drücken. Und dann ist man drin. Und jetzt sagt uns Nitrado auch, wir können das hier auch ändern. Das können wir direkt mal machen. Können wir das Passwort jetzt so einfach ändern? Geht das? Okay, geht. Sehr schön. Dann geben wir jetzt hier das neue Passwort ein. Zack. Nochmal wiederholen. Und jetzt wurde mein neues Passwort geupdate. Sehr schön. Jetzt haben wir den Schritt schon mal gemacht. Also, wenn ihr bei Nitrado den V-Server habt, dann müsst ihr das so machen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. So. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein paar Tools, damit der Web-Server funktioniert. So, da haben wir das folgende hier. Apache 2 mit PHP 5 und MySQL-Unterstützung unter Debian Squeeze installieren. Das brauchen wir. Daher verlinke ich euch auch nochmal den Artikel dazu. Wir brauchen jetzt erstmal nur die Dinge hier. Ich erkläre dazu nochmal alles. Also, apt-get-install. Vorher ist es immer ratsam, bevor man sowas macht. apt-get-update. Dann guckt ihr, ob für Pakete Updates vorhanden sind. Und wenn Updates vorhanden sind, dann machen wir gleich nochmal apt-get-upgrade. Also apt-get-upgrade. Und wie ihr seht, ist nichts verfügbar, was wir updaten können. Dann einfach mal rechts. Ach nee, das war noch der alte Command. Ich muss mit dem neuen Command erstmal hier kopieren und dann wieder einfügen. Das heißt, wir installieren jetzt den MySQL-Server, den MySQL-Client. Bestätigen das und dann einmal ein Y für Yes und drücken Enter. Und jetzt müssen wir hier das Passwort für den MySQL-Account eingeben. Bestätigen das mit OK. Bestätige ich auch wieder mit OK. Und dann, ja, macht er hier jetzt alles. Setzt das Ganze auch auf. Als nächstes müssen wir dann Apache 2 installieren. Also den Web-Server, sodass wir auch mit dem Port 80 dann... Also wenn ich eine Website aufrufe, ist es standardmäßig immer Port 80. Und, ja, hier setzen wir dann praktisch die Website auf, in Anführungszeichen. Den Apache-Server. So, das machen wir jetzt. Bestätigen wieder mit dem Y für Yes. Und dann setzt er uns den Apache-Server auf. Dann brauchen wir natürlich auch noch PHP 5. Damit unser PHP-Skript dann auch funktioniert. Und dann auch alles ordnungsgemäß in die Datenbank eingetragen wird. Denn das machen wir dann mit PHP. So, das hat er alles schon aufgesetzt. Dann installieren wir jetzt PHP. Zack. Bestätigen das, wie gesagt, wie auch vorhin mit dem Y. Und dann müssen wir den Apache-Server neu starten. Da können wir uns den Command schon mal hier kopieren. Und den Apache-Server kurz neu starten. Jetzt ist noch neu gestartet. Start ist OK. Und, ja, dann sind wir durch. Jetzt können wir, wenn wir schlau sind, einfach hier die IP nehmen. Die führt ja zu unserem Webspace. Geben wir hier oben ein. Und es funktioniert. So. Jetzt haben wir unseren Webserver schon mal aufgesetzt. Jetzt müssen wir uns bloß noch an die Datenbank machen. Und das zeige ich dann im nächsten Video. Jetzt müssen wir uns bloß.